Ja, hallo. Guten Morgen. Hier neben mir sitzt der Steffen und wir haben gerade ein Wochenend-Session hinter uns. Also heute ist Sonntag und die Leute packen gerade zusammen und gleich frühstücken wir. Wie fandest du es so? Ja, es ist ja immer das beste Session. Das aktuelle ist ja immer das beste Session. Ja, genau. Besonders angenehm war es, weil es nur, wir waren ja nur zu sechs geplant, sieben, einer wurde krank und ich habe ja gesagt, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, so mit wenigen Leuten zu praktizieren. Die Moose-Sessions, die letztens waren, die waren ja wirklich voll und teilweise auch sehr feierlich und das war eine gute Atmosphäre, weil es wieder mal so in den normalen Trott ging und es war sehr, so fast, ja, sehr still und sehr klösterlich und der Herbst, das Herbstwetter tut das Übrige dazu. Also man sieht hier draußen den bunten Wein und morgens Nebel und so weiter und ja, das ist eine tolle meditative Atmosphäre. Am Wochenende fahren ja auch keine Autos auf der Nebenstraße, also hier ist absolut still. Genau, Steffen ist aus Stade. Ich glaube, du warst noch nie auf unseren Videos, oder? Nein, ich war noch nicht auf den Videos. Genau. Steffen leitet den Zen-Kreis oder die Zen-Gruppe in Stade. Da haben wir im Frühjahr auch ein kleines Session gemacht bei dir. Ja, genau. Da haben wir ein kleines Session gemacht bei uns in unserer Sendow und da ist der Dirk hochgekommen in den Norden und das war wirklich toll besucht. Wir hatten großen Anklang und ja, die Leute fanden das super, dass du da warst. Genau, vielleicht auf diesem Wege noch eine Ankündigung. Wir bereiten gerade vor, dass wir für die Leute, und das sind ja nicht wenige, die hier ins Wolkentor kommen, aber weiter weg wohnen, Online-Send auch anbieten. Und das wirst hauptsächlich du in die Hand nehmen. Einmal im Monat wird auch ein Vortrag aufgezeichnet, den ich von hier ausgebe, aber du willst einmal die Woche dann aus eurer Sendow live übertragen, oder? Genau, also wir wollen live per Zoom übertragen, der Daniel und ich. Und wir wechseln uns immer ab, wöchentlich. Das wird dann wahrscheinlich donnerstags und freitags sein, also immer im Wechsel. Und genau, da werden wir den ganz normalen Ablauf unseren Donnerstag-Sendabend genau für euch öffnen, dass ihr dabei sein könnt und mit uns sitzen könnt. Wir haben aber gesagt, wir werden das nicht über YouTube so inflationär anbieten, sondern das ist auch für Leute, die hier auch praktizieren. Und was haben wir gesagt? Also ein Förderbeitrag wäre schon schön, wenn das Fördermitglieder wären, die das Wolkentor unterstützen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel 15 Euro zahlt, dass wir wirklich auch wissen, wer da sitzt und das Angebot auch in der Kontinuität führen und anbieten. Und nicht nur so. Es gibt ja Leute, die schreiben einfach Kommentare während des Sitzens dann und so. Also man sollte schon die Kamera anhaben und auch sich dafür anmelden. Aber das ist so das Zusatzangebot, was es gibt. Gut. Ansonsten geht es hier weiter im November mit einem Viertages-Session, also über das Wochenende und einem Montag dran gehängt. Genau. Und Ende November sind wir nochmal für die Norddeutschen in Wismar unterwegs, wir beide. Und machen wir da auch ein Wochenend-Session zusammen. Genau, das ist in Gut Saunsdorf. Das ist so ein Seminarzentrum. Wer da mehr wissen möchte, der kann dann direkt auf die Webseite gehen. Das wird ein Wochenend-Session mit Einführungscharakter sein. Aber es wird auch viel gesessen. Genau, du fährst heute wieder nach Hause, nach Stade. Genau, ich freue mich schon auf zu Hause, genau auf meine Familie. Und es ist auch immer wieder schön, hier zu sein. Jetzt kriegen wir gerade Tee. Wunderbar, genau. Also bis demnächst. Wir haben, achso, wir haben heute oder gestern beim Sammo noch, das können wir ja mal kurz zeigen, haben wir hier direkt vor die Halle so einen Stein aufgestellt. Einen großen Sandstein, der muss noch ein bisschen aushärten. Der ist so einen Meter zwanzig hoch und hat so ein bisschen was von Shiva Lingam aus dem Indischen. Aber der ist sozusagen hier das Kraftzentrum direkt vor der großen neuen Halle. So, okay. Gut, dann. Ja, wir sehen uns hoffentlich bald in der Online-Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich da anmeldet und mit uns sitzen möchte. Und ja, für alle, die persönlich gerne kommen möchten, das Volkentor ist natürlich geöffnet. In Wismar machen wir Termine und ja. Und in Stade, Sen-Stade. Genau, also wenn ihr aus dem Norden kommt, zufällig, dann könnt ihr mal gucken, www.sen-stade.de. Genau, das ist der Link zu unserer Gruppe. Okay, tschüss. 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 üss. Tschüss.